Die 4 besten iPod Shuffle Produkte, ein Video Guide Ich habe den Dodosoul 64 GB MP3 Player gekauft und bin sehr zufrieden. Er hat ein sehr kompaktes Design und ist daher sehr einfach zu tragen. Der HiFi Sound ist wirklich beeindruckend und die Bluetooth 5.2 Verbindung funktioniert einwandfrei. Der integrierte HD-Lautsprecher ist auch sehr gut und die UKW-Radio-Funktion ist ein nettes Extra. Ich nutze den MP3 Player auch gerne für Sport und die Kopfhörer, die mitgeliefert werden, sind sehr bequem. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann den Dodosoul 64 GB MP3 Player wärmstens empfehlen. Ich habe mir vor kurzem den 32 GB MP3 Player mit Bluetooth 5.0 gekauft und ich bin begeistert. Der HiFi-verlustfreie Sound ist fantastisch und der 2,4 Zoll tragbare Player mit FM-Radio, HD-Lautsprecher und Diktiergerät ist sehr praktisch. Die Taste-Berührt-Funktion ist sehr intuitiv und die Unterstützung bis zu 128 GB ist ein großer Pluspunkt. Der schwarze Look ist sehr modern und ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Ich kann diesen MP3 Player wirklich empfehlen. Ich habe mir vor kurzem den Jotone MP3 Player Bluetooth 5.0 Sport 64 GB mit Clip gekauft und bin begeistert. Der Player ist klein und leicht, aber trotzdem robust und langlebig. Er hat eine starke HiFi-Lossless-Sound-Qualität, einen FM-Radio und eine Sprachaufzeichnung. Außerdem hat er einen Schrittzähler, eine Stoppuhr und ein E-Book. Er unterstützt bis zu 128 GB SD-Karten, was eine großartige Funktion ist. Ich kann den Jotone MP3 Player Bluetooth 5.0 Sport 64 GB mit Clip jedem empfehlen, der ein tragbares Gerät sucht, das viele Funktionen bietet. Ich habe mir das iMango iPod Shuffle Ladekabel gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Kabel sind von guter Qualität und sehr robust. Sie sind auch sehr einfach zu bedienen und ermöglichen es mir, meinen iPod Shuffle schnell und einfach aufzuladen. Ich kann auch meine Musik und andere Dateien problemlos auf meinen iPod übertragen. Ich kann das iMango iPod Shuffle Ladekabel jedem empfehlen, der ein zuverlässiges und leistungsstarkes Kabel sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.